Sie verdient 1,3 Millionen. Er verdient wahrscheinlich 1,5 Millionen. Sie verdienen wahrscheinlich mal 2,5 Millionen. Egal welchen Beruf wir ausüben, im Laufe eines Arbeitslebens verdienen wir schnell einen Betrag, der in die Millionen geht. Schützen Sie den Wert Ihrer Arbeit. Für jeden Beruf und Bedarf haben wir die passende Produktlösung. Für junge Leute gibt es Tarife zum günstigen Einsteigerpreis.